moin freunde herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft heute fahren wir netheroid bahn diamant und so weiter und so fort nein wo ging mir in freunde farmwelt oder netter was sagst du micha sag 1 die 2 oder die 1 hey syrie wähle eine zahl zwischen 1 und 2 also die 2 danke das sieht aus wie netherrott got Oh betteln ist nicht auf dieses server erlaubt wer bettel wird geteilt also darf ich dort mit heute auch verteilen freunde war da wie heißt das starten gut ach das ist schön dass ich gleich wie heißt das geht das sollte man dann machen ich habe ihn gerade rumpfmord aber ich habe die Karten Talbot und da tun wir aber leid nicht h auch da haben wir vor sich drüber hier hat achten ich bin lust Nix Neues. Hey. Hey. Hab ja eh ne große Gurke als du. Hihi. Ist klar. Hättest du gerne. Nein. Hättest du gerne. Doch. Oh. F. F. Kann ich echt gut husten? Ja. Störung. Störung. Ich wäre beinahe in die Lava gefallen. Freunde. Wer das letzte Video von Minecraft nicht sehen habt, ihr seid dann lost. Lost. Pätze, Pätze, Pätze. Ich bin eine Pätze, Freunde. Der arme tut mir schon leid, aber da hat er davon, wenn er battelt, battlen ist auf diesen Server nicht erlaubt. Auf meinen 24-7 Server. Ich würde auch gerne live gehen, aber ne, 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 ne. Nicht. Achtung, 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 Abzocke. Achtung, 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 A feuer assistenzschutz nur ich krieg keinen keine flamme cool freunde ich bin geschützt ja blöde frage nächste frage ups bin runtergefallen wenn ich wusste darfst du dich mit husten hahaha sagt wer freund ich habe kein eis mit ich habe eisen vergessen sorry ich muss ein bisschen singen ich bin fröhlich weil du da bist verstehst du abgelehnt ach komm ich hasse es wie wir junk und f3 die chunks ich muss abbauen wenn ich nicht bauen über sehr leute dann macht unbedingt ein clip und hoffentlich hat man das jetzt nicht gesehen dass jemand mir auch vorzug geschrieben hat da muss ich es raus schnippeln junge freunde ich muss kurz kurz eröffnen das nervt das geht mir auf die eier dass es anzeigt nachrichten aus ups so freundlich na ups jetzt habe ich aus versehen gleich die nummer gelegt ich halbe nummer gleich gelegt stimmt's mit großer war doch ganz gemein oder augen zu da sehe ich nix schlechter scherz ich konnte wie ein schwein vielleicht bin ich auch noch du bist mit einem schweren äh schweren dings was bin ich junge ich weiß was ich geschrieben hab bei dennis hallo äh also was willst du dann hat er geschrieben dann das heißt was möchtest du äh was möchtest denn von mir bitte so schreiben na nix und weiter ich wollte sie nur anmerken mein lieber mich an und freut ihr mich als nur meiner nur meiner hi 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 kein anderer michael und ich gehen bald auf der gamescom also er schon aber ich noch nicht sagt wer na ich nimm dich mit wie wird's mich mitnehmen willst du mich wohl abholen oder was schlecht sagt ja nicht ja also hallo hättest du doch gerne nein doch auch klar kann gerade nicht nö warum gibt es hier keine netherite bahn mehr soll ich tnt anzünden oder was hab gefressen sehr witzig warte ich setz mal hier ein home warte wie heißt das set home test 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 freunde was brauche ich um tnt zu form eisen habe ich mir fehlt noch eine sache ist auch hier ist fast gar nichts drin wenn ich mich verhorchen mit störung braucht diese keys oder wie die dinge heißen hat für dinge warte ich brauche allerdings wie heißt das kacke deutsch um feuerzeug zu kraften äh 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 lost ah ich habe ein feuerzeug gefunden farming hey farming 3 war ich oder ja home test ja freunde wenn ihr auch tnt mit dann lasst ein like und ein abo da tnt ist nur tnt ist nur das beste jetzt habe ich kein tnt mit dass wir lustig achte ich habe wirklich kein tnt mit ach komm ich glaube ich jetzt nicht noch mal zurück das könnte mich mal umsonst jetzt feuerzeugen das geht so hier hihihi ganz besser ltb was für obola dann scheibe hat ein bäuerchen gemacht michael hat bäuerchen gemacht oh wie süß oh nein doch oh oh warum dies bohnt das die ganze zeit ist kotzt mich auch an die schönen sachen äh was warum die kosten gesagt hast ja ja dann ja jetzt weiß ich was du meinst ich war lust sorry nichts neues wo ist denn der kleine ele wo ist der kleine alex die kleine kleine du mein kleiner den groß und weiter was für kollision das das mit denen herrn du hast mein kleiner junger mein freund klappen dass ich nicht offen das hat mein freund geschickt dass ich eine aufnahme bin und was mir nicht glaubt habe ich jetzt sagt er ich soll es löschen ist doch meine aufnahme stimmt mich keine ahnung jetzt weiter jetzt hat er gesagt doch sonst kommt die polizei ich blöcke ihn melden und melden und blockiert fertig junge so ein frecher freund brauche ich nicht weil man seine nummer sie kann ich ja raus entfernen also was ist dann ist jetzt so schlimm das frage ich mich jetzt nur und du freunde wir schwimmen auf den lavasee alle meine ähnchen tanzen um den see was ich dachte mir auch gerade what the fuck i from habe ich es richtig überhaupt gesagt i from siehst du bist auch nicht gut im englisch ich bin reingefallen wollte ich mich verarschen ich war und mein kleiner ich bin immer gesund obst ob sie damit schon wieder an nein doch ich fange doch nie mal ich mag dich drauf mich deshalb warum freunde da fahren wir halt dem diamanten schank grenze der erste um es nur ich grüße da was sagt man da das heißt gesundheit mein kleiner habe ich zuerst gesagt war schneller endlich tut das gut raus zu sein herauszulassen und dann mit niesen hat oder wie du das gerade gemacht hast ja da ist kein verbrennung drauf doch ist ja kennen wir dass ich mich jetzt es not bin ich bin es ich bin ja krank nee doch nee das heißt nein doch oh sorry ich habe gerade störung nix neues hey ein wenig zu guter bessung einsicht die einsicht einsicht richtig anschreien und ein bisschen verstehe was ich meine ja oh nee bitte lauter sehr witzig ihr seid so leise wer aber ich werde angegriffen vom baby zombie ich habe mich jetzt nicht mobbing mein kleines baby hat wie heißt das heißer mobbing cyber ist mein kleines baby ja kleiner hey ich bin nicht dein baby auch nicht weil es so ist hihihi hab dich hops genommen eier gelutscht ne freunde das ist nur mein spruch den hätte er noch nicht gekonnt sehr witzig oder hattest du den schon gekonnt gekannt gekannt doch ist doch jetzt scheißegal nee ist es nicht doch oh ich weiß es nicht störung die hast du hihihi ein weg zur gute besserung Einsicht ist der erste Weg zur Besserung Einsicht zur gute Besserung Einsicht ist der Weg zur Besserung Einsicht ist der erste Weg zur Besserung Hihihi 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 Oh wie süß Das tut mir aber leid Ich schreib's jetzt auf Whatsapp damit du verstehst was ich meine du dich einprägen kannst im Kopf 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 O O B Ich liebe dich Oh wie süß Habe ich niemals geschrieben Doch hast du Hihihi Ich werde schon rot im Gesicht Ja war mir klar Das kannst du auch nicht weil du eine Frage nicht gestellt hast Birne Birne Das war ja keine Frage das war eine Aussage Ja also Eigentor geschossen Hihihi Nö Doch Oh Wann ich schreiben? Achso Achso Na wegen gute Besserung irgendwas Was? Ne Einsicht Ne Einsicht Ich vergesse wie der Ding heißt Einsicht zuerst weg zur Besserung Was? Ja Ja Lust Ich bin schon ein bisschen durcheinander Wegen mir Wegen mir Hä? Achso das gehört noch Ups Na Ups Ja Bitteschön Einsicht Ist der beste Weg zur Besserung Oh mit Herzchen Hallo Da steht aber Erste Das ganze Das Erste Vergiss es immer Vorzulesen Einsicht Ist der erste Weg zur Besserung War es jetzt okay? Mhm Was für ein Bullshit Wie ne Bullshit Nix Bullshit 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 Warum brauche ich Da koppelst du und Och Wie kann ich deine auskoppelst du Sehr witzig Sehr Ganz gemein Achso Wenn ich sage ja sagst du sehr witzig Wie ich dich kenne Wie ich dich kenne Ich kenne dich Micha Aber gut Aber Micha Ja 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 Ein Einsicht Ist der erste Weg Zur Besserung Habe ich es jetzt zur Verbesserung? Nein Nein Jetzt habe ich selber schon besser geschrieben wie Kuni Ich wollte ja nicht besser schreiben Ich wollte ja Fahnen schreiben Ich wollte ja Fahnen schreiben Ich bin durcheinander gebracht da Oh wie süß Habe ich dich durcheinander gebracht? Oh wie süß Sehr lustig Das war ernst gemeine Frage Ist dein Keks Kekse 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 Das ist aber auch mit deinem OBI ständig Was ist denn da ständig mit? Beste Kekse Äh Bester Laden der Welt Besser als Brille Vielmann Schmutzeladen Ne Freunde Das habe ich jetzt aber nicht gesagt Schmutzeladen Das ist ihre Überteuererte Scheiße Dreck drr drrr überteuerte Scheiße drrr 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 drr drgr drrr Drrr ein kleines Freunde ich ess jetzt mal was nur am futtern der kleine Schirr wieder gibt's natürlich noch feines immer noch Kartoffelbrei von gestern noch von halb ist schmeckt doch gar nicht so kalt iiii ist doch ekelhaft ist denn noch warm in der Mikrowelle oder so was ist ja ekelhaft das kalte zu füttern ich iss sogar kalte Suppe ist ja ekelhaft nö ist doch lecker auch nö es regnet was für ein Schwein bist du denn ob mit der Eber und leidigst du mich warum so eine Beleidung doch für mich schon mich hat ich muss noch Hausaufgaben machen und so ich habe ja keine auf hihihi kann ich ändern nein doch micha und ich micha und ich sind die äh wie soll ich sagen zsm für die abkürzung für zusammen jetzt so gerne nein doch wir warten jetzt ja und nein geht nicht ich muss mich entscheiden ja auch kommen was die bitte die bilder högerät sehr witzig freundlich brauche fackeln bevor wir anfangen zu fahren dann fange man nicht lange du bist sehr witzig bin ja auch scherz kx 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 und ich brauche einen stock bei dem forschen hab ich gefressen kx kx und ich esse dich gleich mit ms bar doch böser jannik ähm als lieber jannik hihihi hoch habe ich jemanden Ops genommen ob ich sie auch lassen hindern wenn ich einen hätte ach so hab hier keinen hihihi hast du schon verwertet ha ja soll ich wie du verwertest ich hab doch eh gewonnen hihihi ist klar und Leute ach komm hier kommt überall nur Wasser rein hihihi stül und wenn der muss immer den bummelweg bist du blöd oder was ja so ein Ronny Ronny hihihi der dein Schild hin so leck mir um euch brauchst du eine Einladung ja klar komm her hehe jungen hättest du gerne oh das Video ging schon 30 Minuten na ups ja ups wie mich ehrlich das wird nix neues wird dir kleiner bei dir auch nicht lieber guck mal drauf an was das Video äh auf dem Office was ich gerne mache hallo ich guck's ja auch da in der Videos an meist nur selber ist der Fall ich weiß gar nicht was ich sagen wollte oh hast du alzheimer oder wie das mal heißt hihihi ich bin tatsächlich schon live bin ich ein bisschen durcheinander mittlerweile ja wenn man zu lange wach bleibt auch kein Mangel über Schlafmangel man 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 dann geht doch einfach schlafen und heute Abend können wir ja gerne wieder reden darüber worüber keine Ahnung um alles freundlich bin ich ein Schwein nix neues hey nicht so frech werden ein großer Meister ein großer Meister hihihi das klappt oh die oh die oh die soll ich dir hier Gedächtnisstütze geben ja hättest du gern hihihi hihihi Störung die hab ich also der erste Weg zur Besorung woher kennst du diesen Spruch hab ich jetzt nicht neu erfunden das Wort schon länger hihihi hihihi ja was dachten du na das es schon über alt ist hm musst du wikipedia fragen weil je lang das Wort zurück geht das weiß ich doch nicht fragwikipedia hihihi schmutz zu den Weg hihihi 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 wacom an der Kleiner frecher Alex kommt hihihi hausdorger sie frechne sie zufriedenster der Bank wieder ich bin lieb gewesen um morgen er besser er sollst du nicht lügen was wollte ich jetzt gerade sagen Sprachenlärm Babel 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 wenn Alex kommen werde ich langsam Aggression hihihi nur weil ich Alex mag aber der ist leider vergeben sag mal so muss ich jeden anmachen ja ja nimm die bei mich ist besser ja klinger jetzt mein großer ne soll ich jetzt nicht Stütze geben warum ich sage dass du klein bist ja sag sag nur morgen freunde ich beende jetzt dieses video sonst gibt es noch eine stunde lang und ich will es ja nicht so lange machen wer schaut dass ich meine ja wer schaut sich das video bis in der stunde an hallo wahrscheinlich keiner ich mach das auch selten dass ich muss sagen ja ja kann man ja machen aber muss man nicht kommt drauf an also wenn sie alle sind eine ganze stunde gucken aber gucken sie ihr ist ja wahrscheinlich so lange die dann jemand also ich habe 2000 coins bekommen bei bei mine bei mine und freunde wenn ihr auf mein server bei dings ich wusste ihm das war lustig gibt's auch coins wenn du drehst ja aber nicht ja freunde ich bin jetzt dieses video lasst gleich und ein abo wir sehen uns morgen oder heute noch mal keine ahnung sehen glaube ich weniger habe sprache verlernt na ups nix neue ups freunde ich habe nur müll in meinen partei jetzt ihr braucht nur schlecht und dann könnt ihr euren müssen entfernen was ihr nicht braucht und freunde ich mache ich lade da noch ein skimmer video das ist schon ein halber skimmer video und ja wir sehen uns euer spiele gamer und auf adios oder wie sagst du das immer am ende bei und ade bei und adi ja bye bye und adi